Der Renault Megane RS ist eine feste Kompaktsportgröße. Jetzt stellen die Franzosen die leistungsgesteigerte Trophy-Version vor. Der 1,8 Liter Turbo bekommt 20 PS mehr und tritt dem 300 PS Club bei. Mit 6-Gang-Schaltgetriebe sind 100 kmh nach 5,7 Sekunden erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit 260 kmh. Als Alternative bietet Renault ein Doppelkupplungsgetriebe an. Das Trophy-Paket umfasst zudem ein Kappfahrwerk mit mechanischer Torsendifferenzialsperre, 19 Zollräder und Verbundgussbremsscheiben. Die Preise beginnen bei 38.590 Euro. Ab Ende 2018 steht der nachgeschärfte Megane bei den Händlern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017